Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mega Man 7 mit mir, ich Wittmann und ja... Mein Gegner habe ich mich schon aufgewählt. Mein Gegner ist eine Spunkfeder. Okay, wir sehen euch das Bild an. Und jetzt suche mal nach Hinweisen, die auf den Ernst des Spieles hinweisen. Etwa die rosane Farbe an Boden und Wände, die Sternenverzierungen an Boden und Wände, die rosanen Sprungfeder. Die Tatsache, dass es im Hintergrund glitzert und leuchtet. Und jetzt kommt das Rockscherze, da, hier die untere Ebene. Da ist es ein bisschen mehr schade. Oh mein Gott, da ist mehr. Aber ganz ehrlich, das ist ein Mädchen-Torrer-Bies. Das ist Spring-Man. Naja. Ich muss mich manchmal nicht aufhalten. B-B-A-L. 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 B-A-L. 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 Das ist Scream. Das ist mein Tod. Ich habe ein Problem. Wie soll das tun? Das ist mein Tod. Naja. Herr, 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 huiz. Als wir die Ernstigkeit dieses Levels entdeckt haben, nämlich dass es tatsächlich ein Diff gibt, was würde ich mich bei diesem Level wirklich nicht vorstellen können. Äh, finde ich jetzt die Level auch ganz viel so toll. Shade Man? Shade Man? Shade Man. War halt auch am Streit. Und, äh, der Geist ist jetzt echt Läscherläsch. Ja, Läscherläsch ist ein guter Song. Ja, Läscherläsch ist ein guter Song. Ja, Läscherläsch ist ein guter Song. Problem gelöst. Fragezeichen? Okay, Läscherläscherläsch. Läscherläsch ist ein guter Song. Die Stadt hat dieses bisschen... Oh, stürzt! Okay! Weiter als zuvor! Immer mal! Was ist das? Uh-huh! Uh-huh! Ich kann das dafür immer nicht ernst nehmen! Das ist so... Das ist wirklich... Oh! Seht ihr das da oben? Ich kann jetzt nicht nach oben gucken, weil Mega-Mei sich beschränkt! Direkt über Mega-Man! Da an diesem Fenster! Nein! Nein, 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 nein! Ich werde Spring-Man zerstören! Das ist ja die... Oh! Die Sauer! Oh! 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 Also ein Unlogil! Das ist ja so stark! Das... Das ist ein Widerspruch etwas... Das ist doch nicht unser Ernst! Er hat mich zerstört, indem er meinen Kopf gegen die Decke gestoßt hat! Das wird jetzt auch Flasher lösen. Das ist dickerlöser mal! Lass mich rinden! Okay. Okay. So viel zu Spring Man. Ich will den Power-Up nicht! Geh weg! Mega Man. Oh nein! Seht wie ich aussehe! The white coil launches one coil forward and one coil backward. Also eine Sprungspieler vorwärts, eine dupletzt. Richtig? Ja! Aber erinnerlicht, erstern sie die Charts, die Charts to make the Charts. Ja, wenn du den Schritt hältst, spring sie höher! You got gay coil! Oder white boy! Ha, white boys! White boys never losing! White boys! Okay! Als nächstes kommt der Dachpannenverschnitt dran. Doch erst morgen, mein Name ist der Ding, wann wir sehen uns an diesem Tage wieder. Also morgen! Bis dahin! Ciao!